ARD Text im Auftrag von Funk Sie kommen gleich. Hallo. Hallo. Ich freue mich schon aufs Fest. Ja, ich mich auch. Eigenartig. Wie laut die Vögel hier sind. Und singen die nicht. Die schreien. Ich habe nicht verstanden, wie du mit Markus den Kindern hier einziehen konntest. Mutter hat dieses Haus geliebt. Und ich kann gar nicht sie spüren. Wenn sie mich gestreit hat, haben ihre Hände gezittert. Warum lasst ihr euch eigentlich nicht scheiden? Um dir das Leben zur Hölle zu machen. Ich hasse dich. Ich wünschte, du wärst tot. Wer bist du? Willst du auch ein Eis? Gerne. Im Stiel oder im Becher? Im Becher, gerne. Leckst du nicht gern? Was ist eigentlich dein Problem, Johanna? Mama? Mama? Soll ich den Tisch draußen decken? Ich wünsche euch schon, wenn ich den Tisch finde. Wachst du nicht? Och ich sage euch, du bist bei dir das zu. Ist das mit dir? Und ich habe einen tollen Gericht zu? Wachst du nicht, wenn ich glaube, was es. Und ich habe mich schon mal so. Genau das Glück. Vielen Dank.